Also heute werden wir die Schultasche und die Sachen aus der Schultasche wiederholen. Wo ist die Schultasche? Was ist die Schultasche? Bitte, zeig, was ist die Schultasche? Ja, welche Farbe ist deine Schultasche? Ein rot und blau, rosa, ja, sehr bunt, das ist bunt, ja, sehr gut. Also, finde bitte, wir haben hier viele Schultasche, jeder von euch nimmt nur eine Karte, also, finde bitte, ja, finde und komm, ja, bitte, steh auf und finde die Karten. Nur eine, nur eine, nur eine. Lovro, kannst du hier kommen, bitte? Danke, bitte. Was hast du? Das Lineal. Das Lineal, ja, wo ist das Lineal? Sehr gut, kannst du das hier machen? Ja, danke. Ja, Sarah, kannst du kommen? Was hast du, bitte? Zeige es zu ihnen. Den Kohl, bitte. Der Kohl ist sehr gut. Ja, sehr gut. Weiter. Sarah, kannst du jemanden? Wer soll jetzt kommen? Mir oder wer? Anna. Anna. Sehr gut, Anna. Der Bleistift. Kannst du das wiederholen? Bitte, leise. Anna sagt was? Der Bleistift. Kannst du das zeigen? Ja, der. Wiederhole bitte. Ja, sehr. Sehr gut, Marco. Das war? Anna. 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 Noch Anna. Anna. Anna, was hast du? Pizza. Der Spitzer. Der Spitzer. Ja. Der Spitzer. Sehr gut. Danke. War das interessant? Ja. Ja? Okay, danke.